Hallo zusammen, ich habe es jetzt schon mehrfach angekündigt und es ist jetzt wirklich soweit. Ich habe alle Aufnahmen im Kasten, das Video fertig. Es soll heute um die Amphibien, um die Leichtzeit gehen. Ich nehme euch wieder mit in den Hohenstein, wünsche euch viel Spaß in den kommenden Minuten, genießt die Bilder, laucht Romans Worten und dann sehen wir uns am Ende wieder. Bis dann! Wir sind wieder im Naturwald Hohenstein unterwegs und jedes Jahr im März bei steigenden Temperaturen findet hier ein wahres Naturspektakel statt. Und zwar wandern hier Abertausende von Erdkröten durch die Wälder hin zu den Laichplätzen und ja, der Laichplatz ist dann hier dieser Teich. Das Besondere bei den Erdkröten ist, dass die bei steigenden Temperaturen alle innerhalb von wenigen Stunden oder zumindest innerhalb eines Tages aufwachen und dazu kommt es wirklich zu so einer Massenwanderung. Das nennt man auch Laichwanderung. Die Erdkröte ist eine der häufigsten Krötenarten in Deutschland und gleichzeitig auch eine der größten. Die Erdkröten generell erkennt man an dieser relativ ledrigen Haut mit relativ vielen Warzen. Die Oberfläche ist meist bräunlich bis grünlich und einige haben schwarze Flecken, aber es gibt auch einige, die überhaupt keine Flecken haben. Und die Unterseite, das heißt der Bauch, der ist meist so relativ stumpf weiß gefärbt. Außerdem erkennt man auch ganz gut, kurz hinter den Augen, solche bodenförmigen Drüsen. Das sind die Giftdrüsen, aus denen die Erdkröten ihre Hautsekrete, also Gift, absondern können. Das einfach als Schutz vor Braßfeinden dient. Für die Menschen ist das natürlich relativ ungefährlich. Allerdings sollte man sich einfach, nachdem man so eine Kröte angefasst hat, dann die Hände waschen, mit ein bisschen Seife und dann ist es gut. Für unsere tierischen Vierbeiner ist dieses Gift relativ ungefährlich. Meistens spucken Hunde eigentlich die Kröten, wenn sie die wirklich im Mund gehabt haben, auch direkt wieder aus. Teilweise schäumt es dann so ein bisschen, da muss man sich aber eigentlich keine Sorgen machen. Bei den Erdkröten sind nicht nur die adulten Tiere giftig, sondern auch der Laich enthält ein Gift. Das hat den Vorteil, dass Fische diesen Laich nicht fressen. Das heißt, Erdkröten können auch in relativ fischreichen Gewässern laichen. Die meisten anderen Amphibien können das nicht, beziehungsweise wenn sie es tun, besteht halt die Gefahr, dass der Laich dann von den Fischen eben aufgefressen wird. Die Erdkröten haben eben diesen Schutzmechanismus mit dem Gift, ganz praktisch. Zu den natürlichen Fraßfeinden zählen zum Beispiel Graureier und Waschbären, aber auch der Schwarzstorch, den wir hier auch am Teich gelegentlich als Nahrungsgast haben. Man erkennt hier auch noch Waschbär-Hinterlassenschaften, den Kot, in der Jägersprache auch Losung genannt. Das heißt, das ist ein untrügerisches Zeichen, dass hier der Waschbär am Berg war. Und man kann hier im Wasser auch noch die Haut von den Erdkröten erkennen, die der Waschbär eben aufgrund der Hautsekrete nicht mitgefressen hat. Die schmecken dem auch nicht. Der ganz innere Teil allerdings schon sehr gut. Und das Befehl ist hier reich gedeckt. Bei den Erdkröten herrscht ein Männerüberschuss. Auf ein Weibchen kommen so ungefähr fünf Männchen. Deswegen ist das hier im Wasser auch so ein wildes Getümmel und ja ein Kampf um die Weibchen. Wenn aber ein Männchen dann ein Weibchen gefunden hat, dann nimmt es das Weibchen in den Klammergriff und hält diesen Klammergriff tatsächlich auch dann bis zu drei Tage lang. Also eine ganze Weile, bis es dann irgendwann tatsächlich zur Ablage des Leifes kommt. Nach der Paarung werden die Erdkröten in den nächsten Tagen ihre zwei bis tatsächlich fünf Meter langen Leichschnüre absetzen und sich dann allmählich in ihre Sommerquartiere im Wald begeben und dann da ein bisschen abreden. Feuer Salamander gehören zusammen mit den Neuchen zu den Schwanzmöchen. Sie ernähren sich vorwiegend von Insekten, also das kleinste Tier wie zum Beispiel Asseln, Regenwürmern, aber auch andere Insekten. Ganz auffällig ist beim Feuer Salamander seine Rückenzeichnung. Sie ist nämlich gelb-schwarz und jedes Tier hat eine individuelle Musterung. Das heißt, keiner der Feuer Salamander sieht gleich aus. Als Sehensraum bevorzugen die naturnahe Wälder, bevorzugt eigentlich auch Laubwälder, der Mittelgebirge. Und ganz wichtig sind eben so naturnahe Gewässer wie dieser Backe zum Beispiel oder auch Quellbereiche, weil sie vor Ort ihre jungen Lebendgebären dann in das Wasser reinsetzen. Feuer Salamander haben eine semi-aquate Lebensweise. Das bedeutet, dass sie einen Teil ihres Lebens auf dem Land verbringen und einen Teil im Wasser. Bei den Weibchen sieht man jetzt gerade, dass die Bäuche wirklich prall gefüllt sind. In den Bäuchen stecken gerade, oder im Bauchraum stecken gerade die Jungen drin, die sie jetzt irgendwann, wenn es ein bisschen wärmer wird, hier ins Wasser absetzen. Und das ist wirklich eine Besonderheit, dass sie eben ihre Nachwuchs lebend gebären können. Leider sind die Feuer Salamander gerade stark bedroht. Seit 2013 grassiert die sogenannte Salamanderpest. Da hatte man 2013 die ersten Fälle in Belgien und der Niederlande. Und mittlerweile sind auch schon Funde aus Deutschland bekannt. Bei der Salamanderpest handelt es sich um einen Amphibienhautpilz. Und dieser Hautpilz greift die Haut der Salamander an und frisst wirklich regelrecht Löcher in die Haut, sodass es irgendwann zu blutigen Wunden kommen kann und die verenden zu fast 100% daran. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man die Salamander nicht anfasst, um eben diesen Amphibienhautpilz nicht weiter zu verbreiten. Also einfach angucken und sich daran erfreuen. Wir sind jetzt schon wieder am Ende der Folge. Wir haben eine Menge über die Erdkröte und den Feuersalamander gehört. Wir von den Niedersächsischen Landesforsten versuchen diese Arten zu unterstützen, wo wir können. Das schaffen wir über Erhalt oder Wiederherstellung von Biotopen. Hier zum Beispiel im Geldbachtal im Forst am Saupark haben wir an den Wegerändern Seitentümpel angelegt, die mit Wasser gefüllt sind. Das nutzen die Amphibien natürlich für ihre Wanderung oder aber sogar zum Laichen. Dadurch unterstützen wir die Tiere, aber auch durch Renaturierung von Mogen oder den Rückbau von alten Kieskuhlen oder Steinbrücken, wo sich Wasser sammelt. Das sind natürlich super Habitate für diese Tiere. So schaffen wir es, die zu schützen und zu unterstützen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich freue mich aufs nächste Mal und bleibt gesund.